Hallo Skrim hier in der LWF Show. Der PPU ist vorbei, die Jamashlam. Der nächste PPU wird kommen und heute gibt es ein paar Kämpfe. Zum Beispiel auch einen Rückkampf zwischen Ricardo und Brock Big um den Titel und noch viele mehr. Freut euch darauf und viel Spaß. Und wir fangen sogar auch an mit dem Match. Ricardo gegen Brock Big um den WWE Championship. Und als erstes zum Ring kommt Ricardo, der ehemalige Champion. Der nach seinem Rückkampf gefordert hat und er bekommt seinen Rückkampf gegen Brock Big. Auf Award! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal sehen, ob Robic seinen Titel heute verteidigen kann oder muss er seinen Titel wieder abgeben. Dann werden wir herausfinden in diesem Match. Heute wird auch der neue Herausforderer herausgeschucht. ... 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